Herr Vorsitzender Galtieri, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Herr Pagliotti eben schon sagte, befindet sich Deutschland in einer besonderen Situation, weil es seit drei Jahren einen Haushaltsausgleich herbeigeführt hat ohne neue Schulden und auch das Haushaltsgesetz für 2017 eben dieses vorsieht. Das heißt, es ist möglich, aber derzeit nicht Realität überall. Deswegen möchte ich mich auf einige grundsätzliche Bemerkungen für die Zukunft hier beschränken. Unsere Stärke, die Stärke Europas und zugleich auch unsere stete Herausforderung liegt in der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Vielfalt unserer noch 28 Mitgliedstaaten. Es sind eben diese unterschiedlichen nationalen Wirklichkeiten, politischen Systeme, Erfahrungen und Ökonomien, die wir in Europa versuchen zusammenzubringen und von denen wir als Gemeinschaft profitieren. Herausforderung und immer wieder neue Aufgabe ist es, aus diesen Unterschieden zu lernen, Kompromisse zu finden und dann die gemeinsamen Ziele in Vereinbarung und Verträge zu gießen. Erst damit werden die gemeinsamen Ziele auch rechtlich verbindlich. Beim Fiskalvertrag ist es uns als Reaktion auf die Krise gelungen, die Wirtschafts- und Währungsunion substanziell zu vertiefen. Wir haben Europa dabei auch institutionell gefestigt und das hat unsere politische und wirtschaftliche Stabilität garantiert. Diese Arbeit ist damit aber nicht beendet. Wir waren uns bewusst, dass wir auch zukünftig gefordert sein werden, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Eine international wettbewerbsfähige Wirtschafts- und Währungsunion mit stabilen öffentlichen Finanzen, die das Versprechen der Europäischen Union von Demokratie, Rechtsstaat, Sicherheit, Stabilität, Wohlstand und Arbeitsplätzen erfüllt. Dieses Ziel werden wir aber nicht erreichen, wenn wir den ersten und wichtigsten Schritt nicht gehen. Die glaubwürdige Umsetzung von bereits beschlossenen Maßnahmen und Regeln, die Umsetzung von Strukturreformen und Konsolidierungsvorgaben durch die Mitgliedstaaten sowie deren konsequente Überwachung durch EU-Kommission und den Rat. Unsere wichtigste Verwährung ist nämlich das Vertrauen. Selbst der Euro als unsere Währung ist letztlich nur so viel wert, wie Vertrauen in sie besteht. Die beschlossenen Haushaltsregeln dienten dazu, Vertrauen herzustellen. Und zwar nicht nur an den Finanzmarkten, sondern auch unter Konsumenten, Unternehmern und nicht zuletzt unter den Regierungen selbst. Jeglicher Eindruck oder auch nur die Wahrnehmung, dass Regeln in Europa gebrochen werden können, untergräbt das Vertrauen und damit die Grundannahme unserer Finanzpolitik und unserer Währungsunion. Schlimmer noch, es stellt das Erreichte infrage. Erosion, ja die Wiederholung der Krise, würde die Folge sein. Die Fiskalregeln aufzuweichen, Haushaltsregeln politisch auszulegen oder auch die Vorschläge zur Lockerung der Fiskalpolitik von der Europäischen Union, wecken Zweifel an dem Willen zur Nachhaltigkeit unserer Beschlüsse, ja mehr noch unserer Verträge. Deshalb appelliere ich an die Mitgliedstaaten und insbesondere die Europäische Kommission, sowohl die Buchstaben als auch den Geiste Haushaltsregeln des Fiskalpaktes einzuhalten. Wenn wir die Verträge und Regeln weiterhin politisch interpretieren, das heißt im Ergebnis nicht oder nur sehr unvollkommen anwenden, bedeutet dies über kurz oder lang eine Selbstauflösung der Wirtschafts- und Währungsunion. Und in aller Deutlichkeit, es bedeutet dann auch in letzter Konsequenz der Auflösung oder das Ende dieser europäischen Institutionen, wie wir sie kennen. Denn die Bürger werden zweifeln, dass wir in der Lage sind, unsere Politik zu koordinieren. Ob Europa selbst die Regeln befolgt, die es sich selbst gegeben hat, und der Zweifel der Bürger führt unweigerlich zu nationalen Egoismen und zum Erstarken populistischer und antieuropäischer Parteien. Bevor wir eine politische Diskussion zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion führen, wie es der Fünf-Präsidenten-Bericht angestoßen hat, gehört an den Anfang eine klare Problemanalyse und damit der Bericht der EU-Kommission zur Umsetzung des Fiskalvertrages. Eine Bestandsaufnahme der Umsetzung des Fiskalvertrages und eine Aussprache über bewährte Praktiken, wie wir sie heute führen wollen, braucht eine klare politische Problemanalyse. Deshalb muss die EU-Kommission hier den Bericht liefern, den es dafür braucht. Der Bericht sollte frei sein von Vorschlägen zur weiteren Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion oder zur Lockerung der Fiskalpolitik. Der Bericht sollte von der EU-Kommission vorgelegt werden, die sich als Hüterin versteht und nicht von der EU-Kommission, die sich auch als politische Institution versteht. Die EU-Kommission sollte wie beim Fußball als Schiedsrichter agieren, der die Regeleinhaltung überwacht und das Faulspiel auch als solches ahndet und eben nicht wie jetzt versucht, das Tor immer dahin verschieben, wo der Ball gerade ist. Die zentrale Rolle haben aktuell die Mitgliedstaaten selbst. Nur sie können stabile öffentliche Finanzen und wettbewerbsfähige Wirtschaftsbedingungen dauerhaft sicherstellen. Auch wenn es bei der EU-Kommission einen Zielkonflikt bei der Überwachung des Fiskalvertrages gibt, also zwischen politischer Interpretation oder Einhaltung der Regeln, lässt sich dieser nur dann auflösen, wenn die Überwachung der Einhaltung der Fiskalregeln einer unabhängigen Behörde übertragen wird, wie zum Beispiel dem Euro-Rettungsfonds ESM. Das ist dann allerdings auch der erste Schritt, wichtige Befugnisse von der EU-Kommission wegzuverlagern. Abschließend appelliere ich an die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission, die Zeit nicht aus den Augen zu verlieren. Die Schuldenstände in der Eurozone liegen weiterhin im Durchschnitt aller Mitgliedstaaten über 94 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Eurozone bleibt deshalb weiterhin anfällig für Marktschwankungen, verfügt aber über kaum finanzpolitischen Spielraum, um im Fall einer neuen Krise dagegen angehen zu können. Zudem erscheinen in Europa die Staatsfinanzen augenblicklich tragfähiger, als es bei einem normalen Zinsumfeld wäre. Verglichen mit dem Zinsniveau vor der Finanzkrise mussten die Euro-Länder aufgrund der Niedrigzinsen seit 2008 fast eine Billion Euro an Zinsen weniger zahlen. Zuletzt fast 250 Milliarden Euro jährlich. Die EZB wird den Mitgliedstaaten der Eurozone jedoch nicht längerfristig mehr Zeit kaufen können. Ausufernde Geldpolitik ist keine, jedenfalls keine dauerhafte und problemlösende Verteidigungslinie im Kampf gegen Strukturprobleme und Instabilität in der Finanzpolitik. Im Gegenteil, sie befeuert das Problem wie bei einem Brandherd, bei dem am Ende das Löschwasser einen größeren Schaden angerichtet hat als das Feuer selbst. Deshalb ist es so wichtig, den Fiskalvertrag konsequent umzusetzen. Wer das nicht will, setzt das Vertrauen und damit die Glaubwürdigkeit europäischer Institutionen aufs Spiel. Er sägt damit an dem Ast, auf dem er sitzt. Vielen Dank. Vielen Dank.